Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft mit dabei ist dog lenny wir spielen heute wieder bedwurz du baust bed ein habe ich gehört apropos ich möchte noch mal dazu sagen weil ich gestern da informiert wurde ich möchte dazu sagen das was ihr am anfang gesehen habt mit den video abschnitten das ist das intro nichts anderes ja weil mich jemand gefragt hat was das ist das intro also dass ich das intro nicht eingefügt habe wo ich das eingefügt habe aber der wusste nicht dass die abschnitte die video abschnitte ich kann ihn nicht hütteln kann ihn nicht hütteln hacker 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 und oh gott ja ok unser welt ist rot nein 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 oh nee jetzt kommt rot auch noch und lila auch noch die armen und du bist übrigens auch keine beleidigung sondern es ist ja auch als beleidigung wenn man sagt du holen was aber bei dir ist ja wirklich also dein denn deine figur ist ja ein hund weißt du dein skin ist ein hund also ist dann bei mir ist meine figur ein fuchs aber wenn man sagt du fuchs ist es keine beleidigung ich glaube das ist sogar eine hier wie heißt das kompliment also weil du fuchs für man sagt ja immer hier die schlauer fuchs füchse sind auch nicht dumm Füchse werden immer was ich nicht mag als als ein film oder so immer als diebe dargestellt was ja ja auch schlussendlich irgendwo sind aber trotzdem da ist halt wirklich gerade kleiner ich habe über ein stack Achtung da kommt ein gelber schnell ich bin runtergefangen ich habe das bett ich habe das bett ja ich habe das bett ok der hat mich zwar runtergeworfen aber ich habe das bett das fängt ja schon mal gut an du sparst auf scharpen ist ich glaube die kommen weil da ist jetzt ein weh getrügen ja ja die kommen aber der ist ja ne die sind doch zu zweit ja ok was machen wir jetzt gute frage aber unser wert ist viel viel besser eingebaut weißt du ja komm komm mal bitte her komm mal bitte her die kommen komm 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 ja ja den einen habe ich den anderen habe ich auch ja den anderen gelbes team wurde eliminiert ja weißt du was ich für ein problem habe ich manchmal kaufe ich einfach anstatt der eisenrüstung ein eisenschwert und dann muss ich erst mal wieder gefühlte hundert jahre warten ich mir dann so ein eisding ok ähm ich sollte mir ein blöcke holen wie kommst du so stark auf ok grün ist auch schon mit rot leben auch nur noch zwei ich glaube das beste wäre wenn wir in unserer base bleiben aber weißt du was richtig effektiv war die mauer die wir mal gebaut haben die war tatsächlich richtig effektiv die war effektiv ich glaube ich habe hier einen baufehler gemacht oh ja ich habe einen ganz großen baufehler gemacht naja haben wir eben mal ein komisches bett ey guck mal zu unserem nachbarn rüber oh da ist gerade einmal rüber ne da ist gerade einer runtergeflogen Achtung Achtung ja das meinte ich mit die kommen nein der eine hat 5 AP bitte nicht bitte nicht bitte nicht komm 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 der lässt TNT drauf Achtung, weg, 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 weg. Alter, was ein Kofi. Es hat so gut angefangen, ey, Real Talk. Aber wir können uns hier in der Map gut einbauen. Nicht, 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 nicht. Lass, ich baue eine Mauer. Nein, ich muss rein. Wie immer, Leute, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke. Und schreibt mir da einen Kommentar. Die Map hatten wir da vor uns. So, Leute, was habt ihr denn zu Ostern bekommen? Ja, schreibt mal in die Kommentare. Achtung, rot, 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 rot. Ich bin tot. Oh, äh, da kommt die Prinz Pink. Zu uns? Ja. Ja, ich kann nicht, komm. Ich hab keine Blöcke. Ah, und da kommt rot auch noch. Schreibt in die Kommentare, wollt ihr mehr Minecraft World? Okay, Leute, ich hab Klaus. Klaus ist hier. Klaus hat einen getrackt. Achtung. Naja, ich seh ihn, ich seh ihn. Wo ist Klaus überhaupt? Wo ist Klaus überhaupt? Hä, wo ist Klaus? Hä, ist er gerade rum angefangen? Klaus. Steht doch hier! Klaus bewacht unser Haus. Okay. Glaubt ihr, Leute? Glaubt ihr, Klaus wird es schaffen, diese Runde zu gewinnen? Klaus. 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 Ich hab fast ne Eisenrüstung für dich zusammen. Ich hab ne Eisenrüstzung für dich zusammen. Klaus. Oh, da kommt grün. Kr 말씀. Ja, ja, grün kommt. K rapidlyweg, glaube ich. Alle, da kommt das rein. Klaus ist kein Kot cook oder �asse aus. Da haben wir nur noch neugierigcm oder klasse. 2.2021 also am 26.2 an der geburtstag ich glaube die machen mit tnt rush ja die wollen safe mit tnt und die pink kommt auch Nein, ich kann jetzt rein. Fingerstar. Warte, ich hab geklingelt. Bei dir. Kam einfach die Post. Ich hab einfach gerade ein Paket von der Post gekriegt. Alles klar. Ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke und schreibt net einen Kommentar. Lasst ein Like da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und schreibt net einen Kommentar. Das würde mich freuen. Und ciao. 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 Tschüss.